Ich sage leider, weil von Orton Schambien eigentlich ist das gut. Das wird ziemlich schwer sein, wenn du die Nachrichten hörst, Lunatik. Vielleicht besser gehst du mit Stefan zu sprechen. Nachdem du dich entspannst, verdammte Mann! Beide! Toll Orton, äh, Evan, Orton. Aha, es gibt vor Ort kein Metz, ist mir in Orton. Doch, nein, Orton was Big Show. Huh. Oh, da ist Antino. Was geht's Antino? Skramola, Punk. Boah, voll die dicke Fresse. Wieso bin ich jetzt aus dem Champion-Match raus? Keep his walking, John Cena. You will not attack Orton tonight. What's all this? We got orders not to let you anywhere near the WWE Champion. Well, you're gonna have trouble following these orders when I'm pinning him in that ring tonight. You have problem? Talk to GM. Don't talk to us anymore. You have some explaining to do, Stephanie. Calm down, Cena. Look, Orton went over my head. After that alleged assault, Randy got a restraining order against you and MVP. There's nothing I can do. A restraining order? Now how is that gonna work? Check your calendar. My foot has an appointment with his cranium tonight. Not anymore, it doesn't. Your title shot is off. It's out of my hands. These two are here to make sure you don't try anything as you exit the arena. Please vacate the arena calmly, okay? Okay. Are you starting to believe Orton's lies? You think I'm some kind of maniac? Well, I'm not. I'll leave quietly. But this ain't over. You think I'm a bad guy. Hm. 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 Haptic, lauter, es jetzt noch Ärger macht in Orten. Wenn man in dieser Stereo da hin, bin ich mal bei den, ja, bei den Antworten und so, für Orten, aber sowas von für Orten. Schau, Xena, du kannst nicht beat Randy. Er ist einfach zu smart. Und er fragte uns, euch diese Erinnerung zu lassen. Die wollten Ärger haben. So, bleib mir. was ist ein fucking finisher da wird auch mal kurz was machen dankeschön geht aber du bist da toll was hat das denn gebracht ich dachte die würden so rein so eine szene kommen wo die so rein so erst vermöbelst die beiden schade schade was macht er da also ein bisschen komisch aus ach so das hat schon geknallt ich glaube das schaffe ich nicht Hm, fällt einfach hin. So. Okay, ich kann jetzt einfach mit dem Fissermans-Zuplex ausschalten. Hm. Komm hin. Ich hasse die Schubsen. Hat mal das bei einem Online-Match gehabt, jetzt hat man online einmal gespielt und da hat mit einer sowas fertig gemacht. Der hat genau das Schubsen benutzt. Ha. Ha. Genau getroffen. Oh, kann man mich beeilen. Nein. Nein. Renn doch. Er blutet jetzt. Ich mach lieber ein DDT, da geht es schneller. Oh Gott. Was? Nein. Bitte. Oh. Fünf Sekunden. Leute. Hu. Hu. Das war knapp. Das war wirklich sehr knapp. Oh, fünf Sekunden. Oh, scheiße. Danke, Herr! Oh! Ich bitte. 傳 mir zu den richtigen Weg, dass ich das durch kann. Dann machen wir es genau den Weg, was ich nun durch kann. Was eigens zu atmen gehen. Aber... ÖGORRAL! EGALL! Gott, Gott, Gott. Caulfield? Ja, also... Was ist Big Show? Oh no, Cody Rhodes has said, Kofi crashing to the arena floor. It's a dirty tactic, but this is a no-disqualification net. Yo, Crossroads. How can Kofi survive against this onslaught? That fight for Randy Orton has all the angles covered. Two, three... That was so funny. But was it against Big Show? L-U-W-E Champion, Randy Orton! This is a disgrace. Kofi and Orton really do this. Again, I'm not advocating his actions, but you have to expect those kind of things when you face Randy Orton. But how long will he have to endure this tyrannical reign as L-U-W-E Champion King? At least we have something else to look forward to. Kofi and Orton really look real. Would it be good if we were to win the World Rumble match? The World Rumble match? I'm coming! MVP has won the Royal Rumble. He's going to WrestleMania, to take on the champion of his choosing. What a cap to a wild knight, Michael! This is the craziest Royal Rumble I can remember! And what happened to John Cena? The number one contender has a restraining order against him. Cena got robbed. But he may be the one going to jail if he gets too close to Randy Orton. MVP is going to WrestleMania. Randy Orton looks more dominant than ever. Can he be stopped? I'm coming! No right to stop him! Hmm. The storyline will get upset. He's going to be the main challenge. He's going to be the main challenge. He's going to be the main challenge. I mean, if he's going to be the main challenge, he's going to be the main challenge. There was an option. Free. Ladies and gentlemen, ROY has returned to Memphis, Tennessee. And we are one night with him. Hmm. Oh, Mickey. I'm getting to the end of Mickey James. I think it's like a little love story. I think. They should have had something with each other. Maybe they had something with each other. Maybe they haven't met him now. But they're talking about me. But they're talking about you. Not Seamus. John Cena. You came between Maryse and me last week. You interfered with destiny. I blame you. Relax there, pale rider. Who am I to interfere with true love? But really. Do you think Maryse is the right one for you? Sie ist ein Schaufer, nicht mich falsch. Aber sie wirklich versteht den Keltischen Warrior? Der Mann hinter der Mayhem? Denn das ist das wichtig. Du bist richtig, Sina. Ich werde dich gehen. This time. Ich bin hier mit Kofi Kingston, der hat einen großen Erfolg gegen Randy Orton gegen die Royal Rumble gemacht. Was sind deine Gedanken über das Spiel? Ich habe unterestimiert, wie devious Orton sein kann. Das ist ein Fehler, den ich nicht wieder machen werde. Und ich werde noch einen Schaufer bekommen. Randy Orton? Du kannst auf das counten. Du kannst auf die Royal Rumble machen. Ich habe das Ende der Pay-Per-View gemacht. Ich habe das Geld gemacht. Ich habe das Geld gemacht. Das ist ein Fehler. Das ist ein Foto. Ich werde das Spiel. Ich werde das Spiel. Vielleicht wird das Geld für dich. Ich habe einen Auftrag zu machen. Ich habe den Tag Team Champions auf SmackDown gemacht. Und ich kann einen Partner nutzen. Es ist ein Non-Title-Match. Ich habe das Geld gemacht. Ich hatte das Geld. Ich habe das Geld gemacht. Ich habe das Geld gemacht.